Ich bin eine Gurke! Natürlich reichen mir vier Frames schon aus, um auf deiner Hausparty dein Date zu beeindrucken. Ich bin eine Gurke. Natürlich hab ich nie eine Hose an. Jeff, zieh deine Hose aus, wir machen das hier ohne Hose. Ich bin eine Gurke. Natürlich ist die Welt, in der ich lebe, absolut echt und nicht gezeichnet. Hier, pass mal auf. Bärbel, du bist doch echt und auch wirklich am Arbeiten, richtig? Bärbel? Bärbel is busy. Ich bin eine Gurke. Natürlich kann ich auch super cute gucken. Mit zwei weiteren Strichen bin ich cute und sauer. Bärbel!